Das, was wir gerade gemacht haben, war OP. Aber wen ist das auch mal nicht geflamed? Gefeedert auf, wer keiner schreiben kann. Also, du kannst keine Zeit. Du kannst, aber du hast keine Zeit dazu. Wie geht denn da überhaupt ein Enter geht, oder was? Ja, ja. Keine Ahnung. Okay. Egal, jetzt Arena. Arena of Doom. Machst du jetzt einen Cut dazwischen, oder? Welchen Cut? Das war schon neuer Aufnahme. Okay, gut. Ja, ich würde doch nicht. Wenn Ende ist, ist Ende und wenn Anfang ist, ist Anfang. Watt Kali? Wer hat Kali genommen? Ist da Linia Kali? Was kann Odi, wenn schön ist? Just for the Loals nehme ich jetzt mal 9. Ist mir egal. Hast du dir Tor geholt, Krypton, oder wie sagst du Tor gehabt? Ha? Tor. Ne, Tor hat man, glaube ich, von den Standard-Gems einfach schon geschenkt bekommen. Ne, ich hab den auch nicht. Ich auch nicht. Äh? Wir haben 5 Champs frei bekommen mit meinem Account. Den hast du dir geholt. Oh Mann. Achso, ich hab 5 Champs frei. Warte mal, ich hab aber auch, ja doch, ich hab auch Ra, hab ich. Ra, Hun, Batz, Artemis. Achso. 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 Mal gucken wie der aussieht. Komm, dann nehme ich Agni. Agni hab ich gar nicht. Ach doch, genau das, was halt Vasilithis, glaube ich, gespielt hat, ne? Das ist ja der komische Feuerteufel da, ne? Das hat der Freibeuter immer gespielt hat. Freibeuter, okay. War früher mein Main. Oh, guck mal, Trindermär ist auch dabei. Der Name ist schon fast kopiert, ey. Nein, Günther Lauch, ey. Tanathos, was ist das denn? Der sieht ja mal nice aus. Oh, ich muss leiser sein, Mensch. Tanathos, das ist der Sensen-Mann. Der sieht ja mal nice aus. Ist Tanathos nicht auch der, ist der auch nicht der, der bei Diablo da auftaucht? Ja, ne? Ungef- mit dem kannst du zumindest vergleichen, glaube ich. Du meinst die Erweiterung jetzt, ne? Ja, genau. Ja, ungefähr so was in der Art ist der zumindest. Okay, er hat auf jeden Fall mal vorgegebene Items, die mit Leben und... Komisch als Tank. Protection? Wie Protection. Quack, Quack, Quack. Power, immer Power drauf da. Oh, Sprint gekauft, bist... Goddammit. Ups, ich hab mich verskillt. Egal. Schmutzwurz. So, was kann der jetzt hier alles? Was ist ein... Wie verschwendet dein Mana da drüben? Eins ist ein... Sprung. Okay. Was? Was möchtest du, Grupp, dann? Ich will die Erfahrung haben. Ach ja, ich hab ja... Ihr geht weg da! Kommt ihr mal? Was ist doch alles? Immer mit der Ruhe. Nee. Äh... Das hat schon kein Mana mehr. Oh, da taunt. Na nett. Günter Lauch hat mich getötet. Ich neut! Komm auf den Namen nicht gleich. Günter Lauch. The fuck. Ich hab was getötet. Bin stolz. Oh man. Ich nicht. Ich hab kein Mana mehr. Schön. Aua. Ich hab Wasser abgekriegt. Irgendwider so ein Poseidon. Muss das sein? Er ist so. Ist das Caster oder was? Poseidon, ja. Der mit dem Release like Tracker. Ja. Ich bin hier viel zu langsam ohne Stieb. Das hat Aua gemacht. Vertrauter. Freibeuter versus Vertrauter. Vertrauter ist der ehemir. Schniere leise. Du bist dann不行 alleine. Lam no no no-nume. Ich wollt gehen. Om no no-nume. Ich glaub' das ist eben die absolut Tänk, den ich hier genommen hab. Kann dat? Wer hast du denen genommen? Odin? Odin. Wenn den Schuss ist. Ich hab die Lunge geupdatet. Die Lunge? Ja. Als der Raucher irgendwann war schon so verdreckt, brauchte es ein neuer. Oh fuck 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 fuck. Unter mir ist irgendwas, glaube ich. Ja. Ich musste erstmal klarkommen mit den Fähigkeiten. Was kriege ich denn überhaupt alles? Ach, Ring of Spears, das ist ja Jarvan, okay. Das ist Jarvan. Kill ihn. Schade. Nee, geht nicht. Ja, mit dem bin ich voll nicht klar gekommen. Ja, so richtig toll finde ich den gerade auch nicht. Aber der hat irgendwie Minimap-Vision ein bisschen mehr passive. Ist er irgendwie Jungler oder was? Stimmt. Tank, Support halt. Ach, kein Plan. Au. Also 1-10 war ich schon mal gar nicht. Und das schon mal überhaupt nicht. Ich verletze mich raus. Kannst du mich wieder aktivieren? Ja, ich hab's gemerkt. Ich sollte mir auch... Oh, ein Traum. Ja, ich hab einfach den Slate. Wer sich freut. Ich mein, das ist das Freibord, der freut sich immer, wenn er ein Kill kriegt. Ja. Ja. Nee, den mag ich nicht. Das war immerhin 1 gegen 1 hier. Ich kann's noch. Ja. Ja. Das CC. Boah. Da kann's ja gar nichts machen. Was ist die für'n Teppich? Aua. An ally has been slain. Ignite! Oh fuck. Ich hätte Ulti-Skillen können. Egal. Beim nächsten Level. Pff, also schadenmäßig ist der mir absolut für'n Arsch. Poseidon, der frisst aber. Der frisst aber Schaden, der Poseidon? Begelelenzwesen. Schön. Äh, Valvac, du musst wenig leben. Ich weiß. Was soll ich jetzt dagegen tun? Zurück gehen. Okay. gott an wo kommt er denn her wer ist jump oh hebo ja klar die lines weg da auch quatsch immer draufhauen immer feste drufter ja anders geht seine ulti ist fies oder was auch immer das war eine nami fähigkeit irgendwas das ist seine crew glaube ich also die 1 komm hinterher ach danach lässt sich die minions hinterher komm her du so stirb na ich glaube ich gehe nochmal weh hilfe da macht der char ein bisschen ja wow was ist das für ein viech hä wie ja da war so ein riesiger wolf drauf ja das war ich ja das ist er für eine rolle nordische mythologie ich kann mit den gestern all die ruhig von odin ist nicht ganz so toll denn im prinzip nur 1 und 3 der bach ist auch schnell der bach geht auch alle gruppenmitgliedern der nähe ne das ist ein allgemeiner stärkungsbach wie ich den verstanden hab das ist ein christian wahrscheinlich es ist dann könnte ich mir gut vorstellen sind wir rot oder blau blau sind wir aber allesamt blau 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 ja gut das geht glaube ich genau ja gut das geht glaube ich genau das namen ne das namen passen für Poseidon sarcastelot das freebooter hat rumgehüpfen da ich kann mir so nicht vorstellen grinsen sitzt da und hüpft von einem bein auf dem anderen du kennst das über mein gesicht wie kennst du denn egal ich kann es mir vorstellen lass mich raus ich komm zu gar nichts lass mich rein lass mich rein ich komm doch zu nix ich komm doch zu nix überhaupt nix bevor ich irgendeine fähigkeit zünden kann macht irgendwie kein schaden macht irgendwie kein schaden shhhh was zum hänker ja ich bin slay ja ich bin slay by the way das offensiv Odin nein die Minions dürfen nicht durch nein fangen sie ab ich glaube ich müsste eigentlich viel mehr schaden machen das tiefkühlen boah instant tot hohoho joa das Poseidon ey der macht gut schaden ja ja nein wir sind nicht zu viele wir gehen da auch boah scheiße alter ich werde die ganze Zeit unterbrochen in all meinen Fähigkeiten hm jetzt müsste ich ein bisschen reiser sein ach das gibt's nicht nehm ich mir halt den mit ist mir doch egal nehm ich kann dir die stun naaa oh ne den will ich nicht au nein du gehst nicht da rein du gehst nicht in das Tor rein ich finde meinen das übelst langsam boah der Wasserteppich ist ja immer eklig was auch immer das ist was auch immer das ist ich mach den schnell und ruhig langsam ne was ist das für ein Garim Trinder i Garim ti Taro ist äh Trinder Tira wer triple kill ither Wer glockelt denn hier die Kuhglockel nicht ernsthaft ach komm schon ja genau nein nonononononononononon diese wand die war gut gesetzt von ihm Da ist ja der Poseidon noch. Mach's gut. Ach, leck mich. Leg mir! Ja, aber hart. Na? Kommt der denn her? Der ist gesprungen. Wie auch immer. Boah, das machen die auch alle so. Ich weiß. Sonnenschein. Oh man. Nö. Nups. Falsche. Falsche. Boah, ey. Ich hab die ganze Zeit 3 gedrückt und dabei war es nur die 4. Boah, da. Ah, das wär nichts Gutes. Also aktuell sieht das so aus, als ob man die Spiele eher am Wochenende spielen kann. Ich hab einfach absolut keine Ahnung was wir hier tun. Das kommt erschwerend dazu. Oh nö! Hau ab! Ja, da sind ein bisschen viele. Ihr bleibt hier. Ich bleib hier drin. Boah, wie lange es friert der ein, bitte. Das ist mal nice eingesperrt, oder? Ja, da sind die auch mal B und können sich auch mal Items holen. Ja, sehr gut. Oh nö! Ja. Ja. Binjens, komm dran! Der Tarathos kann muten. Oh? Au au au. Der Tarathos ist böse. Alter, was ist das für ein Viech? Das kann ja über die halbe Map springen. Ja, Krypton kann ja über die ganze Map springen. Naja, ganz einfach kann ich nicht springen. Die Arena denke ich nicht ganz ab. Das ist irgend so ein Todesengel oder wie das ist. Ja, Tarnathos. Völliges Chaos hier. Aber die Grafik hat sich echt unheimlich verbessert. Alter, der macht Charm. Ja. Ist in der Base weg, Nioke. Ja. Ja, ist jetzt eh vorbei. Ja, dann warte. Guck mal, wo der hinläuft. LOL. Nein. Wer hätte es gedacht. Defeat. Komisch. Ja. 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 Ja, okay.